Nachdenkseiten Die kritische Website Kanzlerkandidat Merz, der Krieg und ein applaudierendes Publikum Ein Kommentar von Markus Glöckner Wenn es notwendig ist, werden wir sie auch mit militärischen Mitteln verteidigen, so der Kanzlerkandidat der CDU Friedrich Merz. Mit sie meint der ehemalige Vorstandsvorsitzende von BlackRock unsere Freiheit. Natürlich geht es um eine Verteidigung gegen Russland. Merz sagte es bei seinem Auftritt in Baden-Württemberg. Das Publikum applaudiert. Ein weiteres Dokument, das zeigt, nicht nur eine unverantwortliche Politik, sondern auch Ignoranz auf Seiten vieler Bürger bedingen den Konfrontationskurs mit Russland. Zwei Minuten und fünf Sekunden geht das im Schrifttext verlinkte Video, das den Abgrund zeigt. Den Abgrund aus unverantwortlicher, ja demagogischer Politik einerseits und Ignoranz in der Bevölkerung andererseits. Für den Kanzlerkandidaten der CDU ist es ein Heimspiel. Merz steht auf der Bühne und kann ungestört reden. Längst auf Betriebstemperatur redet der erfahrene Politiker über Russland, die Ukraine und die sogenannten wahren Zusammenhänge. Eine gefällige Erzählung, wie man sie aus den Produktionsstätten der transatlantischen Realitätsmanufakturen kennt, entfaltet sich vor dem Publikum. Hier die Ukraine, dieses freiheitsliebende Land, das sich nicht unterordnen will und offen wird für Europa. Dort das böse Russland. In der unmittelbaren Nachbarschaft Russlands entstehe Freiheit, Offenheit und Demokratie und Marktwirtschaft. Aber genau das wolle Russland verhindern. In Merz' Erzählwelt kommt das dreckige Spiel geostrategischer Interessen des Westens gar nicht vor. Da gibt es nur die Ukraine als autonom agierendes Land, das eben zur Freiheit strebt. Merz mag vieles vorzuwerfen sein. Aber dass einer wie er naiv ist, dass einer wie er an die Eindimensionalität dieser hier in den Raum gestellten transatlantischen in Anführungszeichen Wahrheit glaubt, ist unglaubwürdig. Man achte darauf, wie Merz vorträgt, seine Tonlage, die Intonation. Merz spricht wie ein Märchenonkel, der vor Kindern eine Fabel erzählt und versucht, sie in den Bann der Erzählung zu ziehen. Das sind doch keine Nazis. Das weiß Putin auch, dass das keine Nazis sind in der Ukraine. Das ist doch alles nur vorgeschoben, sagt Merz. Und tut damit so, als gäbe es in der Ukraine keine Nazis. Das Publikum scheint an seinen Lippen zu kleben und nimmt im Folgenden die Kernbotschaft des ehemaligen Aufsichtsratvorsitzenden von BlackRock auf. Putin bedroht uns, sagt Merz und schlüpft in die Rolle des wackeren Kämpfers. Wir dürfen vor dieser Bedrohung auch keine Angst haben, sagt Merz und bedient dann das Phrasenschwein. Angst, meine Damen und Herren, ist ein schlechter Ratgeber. Und Fischers Fritz fischt frische Fische, könnte man hinterher schieben. Das intellektuelle Niveau erreicht den Tiefpunkt. Gemeinplätze und banale Weisheiten bietet Merz dem Publikum auf eine Weise, als stünde vor ihm eine Gruppe von Zehnjährigen, denen es gilt, die Welt zu erklären. In Ruhe überlegen und kluge Entscheidungen, gelte es zu treffen, nicht unbedacht reagieren. Herrja, was soll man dazu sagen? Ist im Prinzip richtig. Aber Demagogie ist trotzdem übel. Laut Merz müsse allen autoritären Staats- und Regierungschefs gesagt werden, wir lassen uns von euch unsere Freiheit nicht nehmen und wir werden sie verteidigen in unserer Demokratie. Und wenn es notwendig ist, werden wir sie auch mit militärischen Mitteln verteidigen. Es wäre interessant zu erfahren, wie sich das Publikum zusammensetzt. Wie die Altersstruktur und die Bildungshintergründe aussehen. Das ist an dieser Stelle nicht bekannt. Aber was klar zum Vorschein kommt, ist Applaus. Das Publikum applaudiert. Die Anwesenden applaudieren Aussagen, die in ihrer substanziellen Dürftigkeit den Verstand beleidigen. Applaus für eine sogenannte Wahrheit ohne Unterbau. Applaus für eine militärische Verteidigung gegen Russland. Was bei Lichte betrachtet bedeuten würde, Krieg mit einer Atommacht zu führen. Versteht das Publikum überhaupt, für was es an dieser Stelle seinen Applaus spendet? Begreifen die Adressaten wirklich nicht, wen Merz meint, wenn er von wir im Zusammenhang mit einem militärischen Kampf spricht? Verstehen die Zuhörer wirklich nicht, dass mit wir sie selbst oder zumindest ihre Kinder gemeint sind, die gegebenenfalls im Schützengraben zu liegen haben? Erkennt das Publikum denn wirklich nicht, dass ein Politiker wie Merz, der von einem Wir spricht, doch nicht sich und seine Kinder meint, die in einem heißen militärischen Krieg an der vordersten Frontlinie unsere Freiheit verteidigen werden? Wer die Wählerschaft der CDU kennt, weiß, dass es sich dabei eher nicht um Ungebildete handelt. Sie sollten zumindestens intellektuell begreifen, was Ihnen hier Ihr Spitzenkandidat zumutet. Die Rede ist von Krieg. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.